hey leute und herzlich willkommen zu diesem video heute gibt es endlich mal wieder ein unboxing und zwar von diesem schönen ding hier ja lg hat mir freundlicherweise das g6 schon vor release zugeschickt bedeutet ich kann für euch jetzt dieses unboxing machen und vor allem auch sehr früh schon ein review machen kleine vorwarnung dieses gerät hier ist tatsächlich nicht die komplett finale packung es fehlen die kopfhörer aber ansonsten ist das komplett das was ihr bekommen würdet wenn es euch selbst bestellen würde für 750 euro marktstartpreis ob der preis gut ist das klären wir dann erstmal im review jetzt wird das gerät ausgepackt und hier ist es auch schon das geht tatsächlich ziemlich schnell meistens so ein handy unboxing und hier ist es glücklicherweise in silber denn die farbe finde ich am besten ich habe es jetzt zum ersten mal wieder seit barcelona in der hand da wurde es ja damals vorgestellt da war ich vor ort und es fühlt sich gut an ich habe es immer nur mit einer ladensicherung in der hand gehabt es fühlt sich sehr gut an bei mir fehlen jetzt auch die benutzerhandbücher das ist natürlich super schade aber ich habe hier das fast charging netzteil mit quick charge und ich hoffe mal dass es schnell aufladen wird ich gehe davon aus wir testen das auch im review so was ist hier noch drin wir haben hier ein normales usb auf usb typ c kabel und noch das sim eject tool und bei mir war es auch schon wie gesagt normalerweise hättet ihr noch kopfhörer in der packung habe ich jetzt eben nicht aber was ich habe ist hier hinten noch so ein paar kleine folien und vorne habe ich auch eine folie aber das sieht aus wie eine display schutz folie also hier scheint schon eine vorinstalliert zu sein ich denke ich mache die ab aber immer erst nach den ersten paar tagen weil ich kein fan von display schutz folien bin aber in den ersten paar tagen passieren bei mir immer die verrücktesten sachen deswegen lasse ich sie mal besser drauf und wir schalten das gerät ein während ich euch sage wie ich es so finde der einschalter ist hinten auf der rückseite ziemlich ungewohnt aber wer in der vergangenheit schon mal lg genutzt hat der weiß dass die position gar nicht so schlecht ist hier oben haben wir zwei kameras beide haben dieses jahr gleich viel megapixel das ist ziemlich cool in der vergangenheit haben wir auch schon so zwei kameras gehabt aber eine eine hat halt mehr megapixel und die andere weniger jetzt sind die eben gleich gut heißt es und das ist ziemlich cool eine ist weitwinklig und eine ist eine normale kamera und vorne da haben wir den 5,7 zoll großen display mit einem 2 zu 1 display verhältnis lg sagt 18 zu 9 aber wer im kopf kürzen kann der weiß dass es 2 zu 1 und das ist natürlich ziemlich cool wenn man zwei apps gleichzeitig nutzt hat man hier tatsächlich zwei gleich große quadratische apps finde ich persönlich eine sehr coole sache was mir gleich auffällt ist dass das handy wahnsinnig hochwertig in der hand liegt es ist unglaublich solide gebaut viel besser als alte lg handys wo ich das ja immer so ein bisschen kritisiert hatte die verarbeitung und beim g5 fand ich sie richtig schlimm aber hier beim g6 das ist ein stabiles handy was ich jetzt natürlich noch unbedingt daneben halten muss während es einrichtet weil ich ein böser mensch bin ist das iphone 7 plus mit einem 5,5 zoll display und das lg hat wie gesagt ein 5,7 zoll display und ich denke ihr seht es ganz gut selbst das iphone ist deutlich größer weil eben lg die displayränder richtig richtig dünn gemacht hat bei diesem handy oben und unten sind die fast weg und sogar die displaykanten sind abgerundet was er so ein bisschen so ein neuer trend ist sage ich mal in 2017 jetzt kennen wir erstmal mein fingerabdruck ein denn das handy hat natürlich ein fingerabdruck scanner im power button so wie das sein sollte und es ist eingerichtet das ist das lg g6 wir haben hier android 7 drauf es sieht schön aus ob sich auch gut benutzt seht ihr dann in meinem review was ich schon oft angekündigt habe also unten ist der abo button und auch der like button falls euch dieses video gefallen hat wir sehen uns bald schon wieder macht's gut bis dahin und ciao